...wie Sie Ihre BH-Größe ermitteln. Und da soll mir mal einer sagen, das wäre ein Entlastungs-BH, oder? Ja, das erwartet man gar nicht, dass ein Entlastungs-BH eben auch schick sein kann. Dass er ein bisschen zarter ist, dass er hübsch aussieht, dass er Sie optisch auch einfach immer wieder wunderbar in Szene setzt. Eine natürliche Brust formt, komplett umschließt, ohne Bügel natürlich auch noch viel bequemer ist, als man das normalerweise gewöhnt ist. Sie haben die Sicherheit, Sie haben den Komfort. Sie haben Träger, die eine Breite haben, sodass eben auch nichts einschneiden kann. Ein Unterbrustband, was so in der Mitte noch mal so ein bisschen eingekerbt ist, für den hohen Magen, dass nichts drücken kann. Dann eben auch diese Breite an den Seiten. Ich habe gestern wieder, das war so, da habe ich hinter einer Dame gesessen und konnte so genau nachvollziehen, wo dieser BH sitzt. Der war halt etwas schmaler und der schnitt so ein. Und der drückte und quetschte und schob und machte. Und das sieht man halt alles. Und wenn man jetzt so einen BH hat, der an den Seiten und über der Rückenpartie auch mal ein bisschen großzügiger gearbeitet ist, dann drückt das nicht so ein. Ganz schön. Übrigens haben wir jetzt für Sie die andere Artikelnummer eingeblendet. Das ist die Artikelnummer für die D- und E-Körbchen. 600 ist für B und C, 601 ist für die D- und E-Körbchen. Auch da gerne mitbestellen, wenn Sie D- und E-Körbchen haben. Sie bekommen zwei Stück für 38,08 Euro. Nicht immer noch mal gucken und noch mal so verschämt dezent versuchen, das wieder in Ordnung zu bringen, was vielleicht verrutscht. Gerade wenn man so ein bisschen mehr in Bewegung ist oder wenn ich auch Sport mache oder so, weiß ich das zu schätzen. Wenn ich da einfach so genug Stoff habe, dass auch alles perfekt sitzt und dass es sich eben auch gut an den Körper angleicht. Und das sieht man auch wunderbar jetzt bei Svetlana. Das sind einfach Slips, die machen eine gute Figur. Die unterstützen einfach die positive Form der Figur. Dann eben gerade auch so schmalzte Stelle, Teile, noch mal so ein bisschen betont und wunderbar. Svetlana trägt schon eines der nächsten Produkte, unseren beliebten Entlastungs-BH. Das ist die 1,986,00. 38,18 Euro, das ist der Preis für zwei. Sie bekommen einen Doppelpack. Wenn Sie mögen, gerne hinzufügen, zahlen Sie nur einmal die Versandkosten. Übrigens, wenn Sie den Rechner hochgefahren haben, Sie dürfen als Neukundin auch gerne im Internet bestellen, weil wir im Moment eine Wartezeit haben. Ab in den Warenkorb ist auch in wenigen Tagen bei Ihnen, ohne Kundennummern, Pinne, Moor. Die schöne Wäschebeschef. Die haben natürlich ganz andere Preise. Und unterm Strich muss man auch ganz ehrlich sagen, die haben natürlich auch nicht mal eben drei Farben. Die haben natürlich auch nicht mal eben alle Umfang 80 bis 105. Die haben auch nicht Kapgröße B, C, D und E. Wir haben alles da und vor allem im Doppelpack. Und dieser Schnitt, den wir hier haben, ist der Komfortschnitt. Da können wir uns noch mal anschauen, was heißt Komfortschnitt. Ja, das heißt, gehen wir auch schon mal darauf achten, dann wirklich gut stützen im BH zu tragen. Ich denke da nur an Sport zum Beispiel, sehr viel Action. Das Bindegewebe dankt es Ihnen, wenn es nicht schon gleich von Anfang an so malträtiert wird. Absolut. Absolut. Und mit einem Preis von 49,32 darf man da echt gut leben. Also definitiv ist das wieder so ein Preisgefüge, was wir Ihnen anbieten, wo man sonst halt eben nur einen einzigen BH bekommen würde in dieser Qualität. Und gerade wenn Sie eben ein Fan davon sind, gut sitzende Unterwäsche zu haben, dann ist ja hier bei QVC die Aussaal nahezu riesengroß. Wir haben unter dem Suchbegriff Little Rose, wenn Sie auch gerne mal, und das Ganze sieht dann im Vanille-Gelb so aus. Und das ist wieder die Talien-Slipform. Ja, und da bringen wir ein bisschen Abwechslung mit rein. Jetzt finde ich, ist das einfach eine schöne Kombi, so diese Spitze noch mal dabei zu haben, noch mal diese Vielfalt zu haben. Spitze übrigens, wie gesagt, immer super weich, muss ich aber noch mal betonen, weil das nicht selbstverständlich ist bei jeder Wäsche. Bei Little Rose ist es aber selbstverständlich, dass Sie da die Spitze auch genießen können. Und Sie sehen, das sieht einfach toll aus. Ich finde das super, auch vor allen Dingen, weil wir da wieder so ein Komplett draus machen können, sprich einen BH dann zu dem Slip kombinieren können. Und dann haben Sie einen wirklich auch. In diesem Vanille-Farbton, Vanille-Gelb, diese schöne Frische haben wir auch nicht ganz so häufig. Das finde ich mal schön, das ist mal was Tolles für die Frühlingszeit. Ja, das hat auch ganz viel Frische. Das ist einfach auch immer so ein bisschen weicher vom Farbton, als jetzt so kräftiges Gelb. Aber auch so eine Wäschefarbe, die einfach immer so eine gewisse Strahlkraft hat. Das finde ich immer ganz fein, die man auch hervorragend kombinieren kann mit verschiedenen Farben. Und deswegen passt das jetzt hier halt mit diesem Spitzen-Design so wunderschön. Prinze ist übrigens die Variante, die einen Entlastung bietet. Also auch hier ein BH, der ein bisschen mehr Dekolleté zeigt. Größe B, wieder bis Kappgröße D anbieten. Und wieder die Umfänge. Dementsprechend, also Sie bestellen sich im Grunde dieses Corsalette in der Größe wie Ihrem BH. Ganz genau. Also nicht in... ...gearbeitet, dass Sie nicht einschneiden. Auch das sitzt natürlich bequem. Der sieht super aus. Der sitzt super, der macht eine tolle Figur. Und damit können Sie sicher sein, dass Sie in Ihrem Sommerkleid auch wirklich richtig klasse aussehen. Ich finde, das ist tatsächlich wichtig. Man fühlt sich ganz anders, sonst wird man so unsicher, wenn man irgendwo nicht das Richtige drunter anhat. Und irgendwie unterstützt werden. Und es tut auch manchmal richtig weh, wenn man sonst zum Beispiel läuft oder ein bisschen schneller unterwegs ist. Also da ist so ein Entlastungs-BH einfach wunderbar, der unterstützt jede Brust perfekt. Und er sieht so leicht aus. Die 3 mal die 1 am Ende ist für die D- und E-Körbchen. 1, 1, 0 ist für die B- und C-Körbchen. Der Preis ist gleich. Sie bezahlen für beide Probierpreis 2 und 40,98 Euro. Wir sparen über 9 Euro. Wir haben auch hier natürlich 24 Prozent Alistan drin, sodass dieser BH ganz unterfüttert ist. Sie sehen, der BH umschließt die Brust auch im Dekolleté-Bereich. Ganz ideal. Das heißt, gerade wenn man sich zum Beispiel mal bückt, ja, es ist so eine typische Bewegung, wo man dann sich nach dem Aufrichten alles wieder sortieren darf. Was irgendwie... Es ist immer ein Doppelpack, zwei völlig identische BHs. Und hier sehen Sie bei Svetlana, wie traumschön der sitzt. Zwei BHs für 34,96 Euro. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ist aber so. Ist aber so. Ist bei uns sozusagen schon fast die Regel, dass wir Doppelpacks haben. Aber nicht zu dem Preis. Nicht zu dem Preis. Nein. Immer um die 50, 55 Euro. Aber nie für unter 35. Unter 35, das sind schmecklecker sozusagen. Überraschungen. Ein Überraschungspreis heute. Ja, und das ist eben auch immer das Feine, wenn Sie eine Top-Qualität haben und dann noch das Strahlen im Gesicht, weil Sie günstig einkaufen können. Und so schön überrascht, wer einfach ein Slip, der perfekt sitzt. Das ist einfach das Wichtige daran, denn Maxi-Slips gehen bis zur Taille hoch, was wiederum bedeutet, Sie halten so ein bisschen die Figur zusammen. Der malt sich auch nichts ab. Genau, es kann sich nirgendwo was abmalen, es kann sich nichts durchdrücken. Sie haben sogar eher noch die Taille ein bisschen betonter, weil Sie eben nicht plötzlich ein Gummibündchen, so fünf Zentimeter darunter, so mittendrin auf dem Bauch haben. Da schafft es keiner, nicht ein kleines Räufchen zu bilden. Das nennt der Mann meiner Freundin aus Berlin übrigens immer liebevoll dann Muffin-Top. Wenn es einschneidet und drüber quillt, der nennt das dann immer wie so ein Muffin, dass das so umso drüber läuft. Da habe ich mich verstanden, wovon spricht denn der die ganze Zeit? Aber das fand ich ganz süß die Umschreibung. Ja, das passt auch eigentlich ganz gut so als Bild. Gehen Sie mal schauen, was Höchstchen dieser Qualität wirklich kosten. Das ist hier ein Superpreis. Das ist das, ja. Also man muss auch wirklich diese Betonung auf den zweiten Teil Ihres Satzes legen, dieser Qualität. Das ist eben genau der Punkt, wenn Sie eine gute Qualität wollen, dann ist es einfach so, dass normalerweise die Sachen dann schon ein bisschen hochpreisiger sind. Und das finde ich ist ein super Sparpreis, wie es auch wirklich hier jetzt auch so steht. Sie haben ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und Sie haben eben eine Qualität, wo Sie wirklich ganz entspannt sagen können, jetzt habe ich wieder ein paar Basics mit dabei. Ich habe die klassischen. Einfach so. Oder Sie ziehen nochmal so ein Strickjäckchen drüber oder eine Jeansjacke. Ganz nach Belieben. Also Sie können das so vielseitig einsetzen. Die schlichte Variante für den Sport nutzen. Ansonsten wirklich in die Mode integrieren. Immer wieder mit dazunehmen, weil diese Tops sich ja auch nicht verändern. Die bleiben ja in der Form so schön. Die bleiben in den Farben so schön. Sie haben halt da richtig lange was von. Und auch mit diesen Trägern eben tatsächlich die Möglichkeit, die auch einfach mal lässig im Hochsommer so zu tragen, weil man da eben sehr gut den BH drunter tragen kann. Ich finde ja, und ja jetzt die letzten drei Tage eigentlich wirklich schon Sommerfeeling. Das stimmt ja. Und bei Satlana sehen wir Haut. Und Haut ist natürlich die Variante, die im Sommer ganz wichtig ist, weil man sie nicht sieht. Weil man sie nicht sieht. Aber man kann sie eben mit blauener Spitze auch so veredeln, dass man sie auch wieder gerne sehen darf. Also da darf man das Top auch gerne so anziehen. Und nochmal mit anderem Beige, mit Cremetönen kombinieren. Wer einfach da so ein bisschen schlichte Eleganz mag, wer es ein bisschen zurückhaltigern, eben auch ein Hemdchen zu tragen, wo ein BH wunderbar drunter passt. Ja. Und Sie sehen bei Svetlana auch, die sind am Arm auch schnell auch perfekt gearbeitet. Die sind nicht zu weich. Die Nähte nicht verdrehen, dass die Länge stimmt, dass sie so eine gewisse Selbstverständlichkeit haben. Es ist nicht so ganz spack, wie man immer so schön sagt, also nicht ganz eng. Aber es ist doch sehr schön am Körper anliegend, bringt so ein bisschen Bewegung. Ja, weicher, eine angenehme Art und Weise des Tragens sein. Und der beste BH ist den, den sehen Sie vergessen. Genau so soll es sein. Und Sie sehen jetzt auch bei Svetlana, es sitzt einfach klasse. Die Träger sind mit einer gewissen Breite, aber nur da, wo es drauf ankommt, nämlich am höchsten Schulterpunkt. Ansonsten sind die ziemlich schmal gehalten. Wir haben einen BH, der unauffällig ist in der Hautfarbe, der sich an den Körper anschmiegt, wie Sie es schon gesagt haben. Kerstin, das ist ja das Wichtige.